Musik Anfang April war es wieder soweit. Der Oldtimer-Saisonbeginn wurde mit der Präsentation des Oldtimer-Guides 2018 durch Autor und Herausgeber Christian Schamburek eingeläutet. Um die 300 Gäste nutzten den fast schon traditionellen Abend im wunderbaren Ambiente der neuen Wiener Porzellanmanufaktur Augarten um die zwölfte Auflage des Kompasses, die uns durch die Szene führt, wie Helmut Zwickl so treffend formulierte, gemeinsam zu feiern. Zeitspisschnik Hoare von Whatlier, eine neue Masche in Be образigen TodorfenLED, und die Shakur-Überkungen von Weiteren unser Donald K ace Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Erhältlich ist der Guide um 14,90 Euro im Buchhandel, bei Veranstaltungen, in Museen und bei Messen oder online unter www.oldtimer-guide.at